hallo angelfreunde ich war mal wieder beim steven im angelparadies es lief gut es gab reichlich fisch was ihr im video sehen könnt ansonsten gab es natürlich wie immer ein nettes problem bei meiner standkamera ist mal wieder das mikro ausgefallen ich hoffe ihr seht es mir nach ich habe das ganze mal so halbwegs zusammengefasst es sind nur die fangszenen drauf ich wünsche euch viel spaß beim anschauen und würde mich freuen wenn ihr es bei euch bis zum ende anschaut so 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 so